So, liebe Lokalfreunde, wir sind jetzt hier in Bischofsheim. Hier haben wir schon unseren Hals hier, unseren Lammhals haben wir. Dann haben wir hier Lammhaxen, die wir uns gerade ein bisschen auslösen. Machen wir schönes feines Racken mit Estragon-Bohlenkraut in Kombination. Hier haben wir Steinpilze mit Kartoffeln als Stampf. Dann haben wir hier einen Kirschen für den Kirschschutney. Dann haben wir hier noch eine Lammhalsche und dann kommt ein Zug draus, das war's. Alleine ist die Rhön biomäßig noch ein bisschen hinterher, aber wir kriegen die schon soweit. Die sind auf einem guten Weg hier und es macht echt Spaß hier zu arbeiten.